Cordypin Cordypin ist ein enzymreiches Getränk, eine Mischung aus fermentiertem Ananassaft und einem hochwertigen künstlich gezüchteten Raupenpilz in den richtigen Proportionen. Die Ananas wird seit 1957 in der Medizin verwendet, weil sie sehr reich an Vitaminen und Mineralsalzen ist. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil des Enzyms Bromelin, das bei der Verdauung von Eiweiß hilft. Die verschiedenen lebenden Enzyme, die in Rohkost enthalten sind, spielen eine sehr wichtige Rolle im Zellstoffwechsel. Sie tragen dazu bei, dass die Nährstoffe besser und viel schneller aufgenommen werden und fast in Minuten schnelle die gesunden Zellen erreichen. Nach einer Aussage des Johns Hopkins Research Institute sollten wir 80% rohes Gemüse, Nüsse, Vollkornprodukte und Früchte essen, da der Gehalt an lebenden Enzymen bei 40 Grad Celsius verloren geht. Mit einer solchen Ernährung kann Krebs fast hundertprozentig vermieden werden. Der Gehalt an Enzymen in Cordyceps-Getränken wird während der Fermentation stark erhöht, und sie sind in der Lage, synergistisch mit den aktiven Inhaltsstoffen der Cordyceps-Pilze zu arbeiten. Cordypin hat eine alkaliierende Wirkung und kann in jedem Alter konsumiert werden. Er enthält keinen Alkohol. Es wird für Menschen empfohlen, die sich traditionell fleischreich ernähren, aber etwas für ihre Gesundheit tun wollen. .